Der futuristische Ball, der jetzt kommt, der könnte ein neues Zeitalter bei Actioncams einläuten. Das verspricht zumindest der Hersteller. 360 Fly heißt das Ding und während andere Actioncams nur nach vorne oder nach hinten filmen oder zur Seite, je nachdem wie man die schraubt, dreht 360 Fly angeblich alles. 360 Grad rundherum, egal wo man es anbringt. Das klingt aufregend, aber ob es funktioniert, das zeigt der Test. Mit einer einzigen Linse dreht diese Kamera in alle Richtungen, vorne, hinten, rechts, links und nach oben. Dabei hat sie kaum Bedienelemente. Nur eine LED zeigt an, ob die Kamera läuft. Mit einer Taste wird die Kamera eingeschaltet, gestartet, gestoppt und wieder ausgeschaltet. Ein Display gibt es nicht. Allerdings lässt sich die 360 Fly per WLAN mit dem Smartphone koppeln. Das Live-Bild in der App lässt schon mal vermuten, was die Kamera alles kann. Und auch die fertigen Videos werden hier wiedergegeben. Und die sind erstaunlich. Das Rundum-Prinzip ist wirklich faszinierend. Ein Schwenk des Handys und schon ändert sich die Perspektive. Auch per Wisch übers Display kann das Bild beliebig gedreht und geschwenkt werden. Noch besser wird es mit einer Virtual Reality Brille oder einem Google Cardboard. Die Kopfbewegung bestimmt dann die Blickrichtung. All das funktioniert erstaunlich gut. Schade nur, die Auflösung von 1504 x 1504 Pixeln lässt eine niedrige Videoqualität vermuten, denn die Pixel verteilen sich auf 360 Grad in der horizontalen und 240 Grad in der vertikalen. Auf dem Smartphone sehen die Videos auf den ersten Blick noch ordentlich aus. Bei genauerem Hinsehen aber zeigen sich deutliche Farbsäume und wenig Detailschärfe. Vor allem bei schnellen Bewegungen wird die Bildqualität unterirdisch. Hier muss der Hersteller noch nachlegen, damit diese Kamera ein Hit wird. Ansonsten ist das Konzept gut durchdacht. Die 360 Fly ist ordentlich verarbeitet. Die Montage ist clever gelöst. Ein Drehmechanismus hält die Kamera auf ihrer Befestigungsplatte. Sie lässt sich so einfach an Autos, Motorrädern, Skihelmen oder Surfbrettern befestigen. Die Kamera ist ohne Zusatzgehäuse wasserdicht bis 50 Meter Tiefe. Der Ton klingt ähnlich gut wie bei einer GoPro Session. Mit 138 Gramm ist die Kamera allerdings recht schwer. Über die App lassen sich ISO-Wert, Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des Videos manuell anpassen. Die Handy-App zeigt auch an, wie viel Platz noch auf dem eingebauten 32 Gigabyte Speicher bleibt. Die Akkulaufzeit ist mit 100 Minuten gut. Bei dieser Kamera handelt es sich tatsächlich um eine wirklich coole Idee. Aber an der Umsetzung muss der Hersteller noch arbeiten. Das ist unser Fazit für die 360 Fly. Bei einem Kaufpreis von rund 500 Euro könnte die Auflösung tatsächlich deutlich besser sein. Aber für Outdoor-Action-Video-Freaks eröffnet diese Kamera ganz neue Horizonte. Nur in diesem Fall fällt unsere Testnote leider nur mit 3,35 befriedigend aus.